Hallo, mein Name ist Daniel Scuto. Ich komme aus der Schweiz. Ich habe das Combat Group ausgesucht, weil ich nicht so ein Massencamp haben möchte, sondern etwas Kleines, aber Feines. Und ich bin fündig geworden. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre, die mir sehr gefallen habe. Alles ist sehr persönlich. Die Trainingseinheiten sind sehr intensiv, aber es macht richtig Spaß, mit den Trainern zusammenzuarbeiten. Das Essen war super lecker, war sehr gut. Ich würde es jedem empfehlen, den ich haben könnte. Und ja, ich werde das nächste wiederkommen. Combat Group. Das machen wir Leute, die Jaunee sind ein bisschen lassen. Und der andere Teil der Trainern voll in die Kulakon nach. Sie haben unsere Kulakon завd Q2-A nuevo, wie eine Nachricht aufgabe.